Willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Super Mario Maker. Wir haben hier den letzten Part aufgehört und machen hier jetzt weiter. Es geht hier mysteriös los. Oh, das war ziemlich knapp. Okay, die Dancemusik nervt jetzt schon. Aber ja, das Level war alles andere als herausfordernd. Das war sehr leicht. Ein sehr schönes Level, aber mir hat es gefallen, auch wenn es eigentlich keine Herausforderung bietet, aber dennoch ist es doch ganz schön nice, wenn wir mal ehrlich sind. Bei deinem Text. Oh fuck, noch schneller kann man das Level gar nicht beginnen. Papala. Oh. Ach du Kacke, ich muss stehen bleiben. Wer das hättest mir früher sagen müssen, Spiel. Das kann ich nicht riechen. Na gut, Neustart. Seine Stimme ein Fail für die Quote tut immer gut. Eigentlich brauche ich hier gar nichts machen, aber ich renne jetzt trotzdem mal mit. Stehen bleiben! Du sollst stehen bleiben, Mario. Was? Verstehst du daran nicht? Bleib doch einfach stehen! Oh man. Na gut, weiter in den Text. Ich gucke auf jeden Fall nicht auf. Das Level ist schwerer als es aussieht. Man muss hier perfekt aufhören zu laufen und erst dann bremsen und dann nichts machen. Klingt einfach. Mhm. Ich weiß, ist es aber tatsächlich gar nicht. So. Seht ihr? Er rennt. Er rennt einfach zu schnell. Ich mache das jetzt mal anders. Ich trickse jetzt mal ein bisschen. Ich werde jetzt nicht einfach mal mitgehen mit dem Bild und gar nicht mehr rennen. Vielleicht wird es dann was. Also wie gesagt, ich mache nichts. Wird es dann was? Ne. Ähm, das ist es anscheinend auch nicht. Gut, Plan B. Einen Plan habe ich noch. Wenn es da nicht hinhaut, dann müssen wir leider das Level skippen. Ich will es natürlich schaffen. Ich werde es weiterhin versuchen. Aber wenn es zu lange dauert, dann müssen wir es skippen. Okay. Total einfach. Das war eigene Dummheit von mir selbst. Ich gebe es zu. Man muss nichts machen. Man muss nicht laufen. Man muss nicht springen. Man kann einfach chillen in dem Level. Das ist einfach so. Man muss gar nichts machen. Das ist komplett simpel. Das war Dummheit von mir selbst. Na gut. Dann machen wir weiter den Text. Mit SMB3 Style. Banga, banga, banga. Ach du Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen? Dinge, Dinge, Dinge. Achso. Okay. Dinge, Dinge, Dinge. Und schon wieder so ein... Das hier scheint eine Sprungfähigkeit zu demonstrieren. Aber wie man da hochkommen will, weiß ich beim Besten will. Das ist unmöglich. Oder warte mal. Ach nee, scheiße. Wir haben verkackt. Ja, wir können da nicht mehr hoch. Crap. Nee. Okay. Kann man das neu starten? Ja. Kann man. Ziemlich fies, dass man Leben verliert, wobei man eigentlich nur das Level neu starten will. Aber okay. Okay. So ist das Game. Tuck 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 tuck. Dinge, Dinge, Dinge. Dinge, Dinge, Dinge. Jetzt muss ich mir kurz merken, wann die Stelle kam. Äh, hier. Hier kam sie. Nicht so weit. So. Nein! Junge, du Idiot! Wie dumm bist du! Prallt der Depp an der Wand ab. Ihr habt's gesehen. Na gut. Ärgerlich. Wir haben schon viele Leben verloren und jetzt haben wir nur noch 93 Leben. Also Mario, so langsam müsste das was werden. Wobei... Nee, eigentlich egal. Wir haben genug Leben. Diddl, Diddl, Diddl. Diddl, Diddl, Diddl. Ja, da war die Stelle. Hm. Ich hab verkackt. Wobei, warte, wir kriegen ja noch einen Versuch. Ach warte, ich hätte das gar nicht neu starten müssen, ne? Das kann man, man kann sich doch einfach hier auf die Dinger fallen lassen unten und dann ist man sowieso am Anfang. Ja. Toll. Naja. Ist jetzt egal. Wunder, dass ich das schaffe. Weil... Oh, das muss perfekt getimt sein. Und wir schaffen's nicht. Aber... Das ist nicht so hoch. Wir können da anscheinend so rüber. Fallen wir da jetzt nicht rein. Oh nein. Tatsache doch. Na toll. Wie ihr seht, das ist definitiv zu hoch. Wir müssen das Ding neu starten. Also einfach hier mit rennen. Mit runnen. Run... Ne, run heißt das, ne? Nicht rennen, sondern run. Lol. Who are you? Und gut, weiter geht's. Ja, hier war schon wieder die Stelle. Das kommt davon, wenn man zu viel quatscht und nicht darauf guckt, was man macht. Ne? Dinge, Dinge, Dinge. Dinge, Dinge, Dinge. Crap. Geh halt da hoch. Boah, der war auch wieder knapp. So, jetzt kommt die Stelle. Vorsicht. Na, natürlich schaffe ich's nicht. Ach, scheiße. Paka, paka, paka. Das dauert viel zu lang. Ist aber ein cooler Level. Deswegen will ich ihn ganz gerne schaffen. Weil wenn das jetzt echt zu lange dauert, dann müssen wir das leider beenden. Wenn's zu lang dauert. Ach, scheiße. Sag mir nicht. Ich hab's schon wieder verkackt. Komm schon. Ne. Wir haben verkackt. Nein, ich bin... Aber jetzt. Aber jetzt. Scheiße. Hier muss jeder Sprung perfekt sitzen. Und ich sage wirklich perfekt. So. Kurz die Kameraeinstellung ein bisschen verbessern. Ach, geht das jetzt schon wieder los? Ja, komm schon. So. Paka, paka, paka. Paka, paka, paka. Aber die Musik ist schon cool. Okay, Leute. Ein Versuch krieg ich das Level noch. Ich wollte's gerade skippen. Ich war schon auf den Knopf. Aber ein Versuch krieg ich das Level noch. Okay. 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 Da willst du wohl. Warte mal, lass mich mal was testen. Ja, okay. Geht tatsächlich auch so wie bei der Wii U-Vision. Man kann einfach den Finger auf ein Touchscreen legen und einfach so wischen. Also so wie bei einem Tablet oder halt Smartphone. Geht alles. Okay. Wollte ich halt nur mal testen. Geht tatsächlich. Nice. Wieder was dazu gelernt. Dinge, Dinge, Dinge. Man lernt halt nie aus. Dinge, Dinge, Dinge. Jetzt nehme ich mal mit. Ich sagte mitnehmen. Gott sei Dank hat er mich nicht getroffen. Oder sie. Diddl, diddl, diddl. Das war klar. Aber, ja, jetzt bin ich klein. Jetzt komme ich da oben nicht mehr rein. Toll. Ich habe gedrückt. 3DS. Bitte, wenn ich auch einen Knopfdruck drücke, dann mögest du bitte auch springen. Ach, ja. Ja, mein 3DS ist schon etwas alt. Aber dennoch läuft er. Da bin ich auch sehr froh drüber. Hat es halt schon wieder getroffen. Dinge, Dinge, Dinge. Ja, so alt ist er jetzt auch nicht. Aber, ja. Etwas älteres. Wow. Etwas älteres Modell. Was ist hier? Ein Pilz. Nice, 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 nice. Gönnen wir uns hier die Münzen. So. Auch hier unten bitte alles mitnehmen. Warte mal. Bam. So. Ein bisschen tricksen. Viele Sterne. Wow, ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen. Seht ihr das? Cool gemacht. Und geschafft. Cooler Level. Und im nächsten Part machen wir das Castle. Und im nächsten Part machen wir das Castle. Seid gespannt. Freut euch mit mir auf das Castle von der Super Mario Herausforderung. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Part wieder. Bis dann. Und schau. Mal.